Ich habe gestern gewaschen, der sieht so heller aus. Ich meine, der war dunkler. Ich habe gedacht, das ist falsch. Ich habe jetzt den Film noch zu ziehen. Das macht 5 Euro. Das müsste noch zu viel sein. Und nicht heller. Das macht 5 Euro. Ich stehe zwar nur noch im Ruhm, aber ich schließe es auch. 5 Euro. Nina, du darfst dann bei uns auch mal die Wohnung küssten. Also jetzt hör auf. Können wir da jetzt verloren? Nein, das ist auch ganz gut. Das ist ein Hufaustratzer. War halt geil. Nein, nein. Zähne. Ich gucke nicht. Ja? Ich hab früher... Sechs Tage... Sechs Tage die Woche... Sechs Tage die Woche... Von der Rabenschutzkontaktion... ... und nachdem sie lange sie gehackt, oder? Aber sie haben eigentlich abgesagt... Aber das hat nicht abgesagt Es habe es nicht gesagen... Nein, aber schon... Wann haben wir die Frage... Deswegen hab ich mir eigentlich länger eingeführt Und dann noch länger sagt Ja oder so... Ich habe da kein Problem mit dir. Ich lebe nicht, aber meistens ist, dass diese Fingern, die wird mir da nicht mehr trafisch kommen. Dann machen wir es lieber nicht. Dann machen wir es lieber nicht. Weil die haben auch noch andere Ansprüche. Die sind ja auch streng. Da würde ich mir lieber ein Gau sein. Ja, aber da gibt es keine Schlagen. Das ist so. Das ist eine Nachfrage bei der. Ja, wir machen den Bruder. Von dem Bruder habe ich mir jemanden gesehen gehabt. Aber einer, der es gut geht hat. Da kann man so, wie die Jänner fährt oder so. Ja, was hat er denn da oben gefährt? Ja, was hat er denn da oben gefährt? Ja, was hat er denn da oben gefährt? Ja, ich habe hier gesehen. Da oben gefährt. Ja, was hat er denn da oben gefährt? Ja. Aber ich habe hier gesehen. Ja. Da oben gefährt. Ja. Da oben gefährt. Ja, ich habe hier gesehen. Ich habe hier gesehen. Ja. Gut, ich los schon wieder raus. Es ist eine Kälte der Reise, aber das ist ja nicht so viel. Komm, bei Sie doch. Ich bin mir so vieler gewesen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich war doch eigentlich mit dir. Ja, ich bin so gut. 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 Hallo. Siehst du? Ja, ich muss um 6 Uhr arbeiten. Also, ich lasse dich nicht erkenne in der Arbeit. Jetzt komm. Jemand, der da vor dem Akt macht. Jetzt komm. Renja! Dieben erlaubt. Ja, jetzt komm. Ja, ich muss nicht mehr, um zu nehmen. Sie haben so gut. Ja, jetzt kommt die Haare. Ja, ich bin so gut. Ja, ich bin so gut. Und? Ich bin so gut. Ja, Bliade rum. Also, du musst für den treten Platz rum rum. Ja, ich bin so gut hier. Was ist denn so gut? Schöne. Schöne. Die einzige Sorge. So geht es mir nämlich egal. Ich nehme jetzt die Formel 1 gerade auf, weil der Heumann die Köln nicht. Ich nehme es auf und warte, bis die Geschäft ist und dann höre ich es auf. Du darfst kein Radio hören, nix. Ich bin in aller Ruhe Formel 1. Ja, aber du hörst kein Radio, oder? Keine Ergebnisse, nix. Wenn es aber nicht im Sinn ist, dann wird es nicht euch schandelt. Wenn es nicht ein Ding, ein Sprüch, wird es nicht euch schandelt. Wenn es nicht gewohnt hat, ist es zettel oder was. Es ist egal, wer es will. Ach so. Ich denke mal, die Strecke liegt im Jahr. Entweder funktioniert das Auto, dann müsst ihr eine gute Chance haben. Die Geschwindigkeitsstrecke. Die Motoren sind ja nicht schlecht. Die machen es ein bisschen besser. Die machen es leider irgendwie besser. Das Fahrzeug selber ist natürlich besser. Aber wenn man halt überlegt, dass eigentlich das Team, was er ja kauft hat, war ja eigentlich ein Weltmeister. So. Die hätten ja ein Weltmeister aufgekommen. Mit dem Team. Also mit dem Team. Und im nächsten Jahr war nichts mehr. Nein. Oder wie? Was nicht mehr krank. Dannなく threw auch nichts mehr. Nicht mehr zu können. Untertitelung des ZDF, 2020